Die Fernbedienung zur Rundshow. Das ist die Macht. Gratis für iOS und Android. Stimmen Sie ab zur Frage des Tages. Und schon ist es gezählt. Kommentieren Sie direkt in die Sendung. Applaudieren Sie live. Oder rufen Sie Buh. Oder schicken Sie uns ein Foto oder Video ganz einfach über Ihr Smartphone. Sie haben die Macht. Nutzen Sie sie.